Mut zum Machen, das ist mein Appell an Familienunternehmer. Wie hier in der Hamburger Hafencity, wo ein komplett neuer Stadtteil entsteht, zeichnen sich auch Familienunternehmen dadurch aus, dass sie ihr Unternehmen immer wieder neu erfinden und erweitern. Wie die Elbphilharmonie stehen sie dabei auf einem soliden Fundament, aber stocken modernste Architektur immer wieder obendrauf. Jetzt heißt es, Ärmel hochkrempeln und auf zu neuen Ufern. Ob Cybersicherheit, intelligente Datenanalysen oder insgesamt die digitale Transformation, die aktuellen Herausforderungen machen auch vor Familienunternehmen nicht halt. Familienunternehmen sind dafür bestens gerüstet. Sie haben zum Teil über Generationen hinweg gezeigt, dass sie sich an ein verändertes Umfeld und technologischen Wandel anpassen können. Da sie aufgrund ihrer Inhaberstruktur unabhängig sind, können sie schnell reagieren und auch einmal gegen den Strom schwimmen. Wird der Faktor Familie als Stärke genutzt, arbeiten hier verschiedene Generationen so zusammen, dass die Kompetenzen der Next Generation, zum Beispiel im Bereich Digital, mit der Erfahrung der aktuellen Generation zusammengebracht werden. Damit dies gelingt, unterstützen wir sie. Wir bei PwC wissen um die Stärke der Familie für die Entwicklung eines Unternehmens. Aber wir kennen auch die Risiken. Deshalb haben wir beide Seiten im Visier. Wachstum managen für die Unternehmensebene und Inhaberschaft managen für die Familienebene. Beides muss kombiniert werden, um ein guter, integrierter Berater für Familienunternehmen zu sein. Wir sind Familienunternehmerversteher. Wir sind Mitarbeiter für Familienunternehmer.